Ah, der Auslass, jo. Ah, ja, Imuna kommt zuerst noch und dann kommt der Kingarot. Okay, slow down. Die Mashup Germany Mixer sind einfach Bombe. Ich finde das ist DJing im höchsten Gut. Äh, wtf? Wohin? Wo, 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 wo wollen die jetzt hin? In welcher Reihenfolge die machen ist doch scheißegal eigentlich. Ach so, die wollen da zuerst drauf. Okay. Ach so, okay. Okay. Machen wir Hasabel und Eona. Alles klar. Verstehe. Ja, geh wurscht die Reihenfolge. Von Kingarot musst du sowieso zurücklaufen. Von daher wäre es egal. Aber gut, ich bin nicht lieb, von daher kann ich das nicht bestimmen. So, wer läuft jetzt, spaltet sich schon wieder, guck mal an. Ah, wir wollen zuerst Hasabel und dann Eona. Eona ist Freeloot, Freunde. Nach wie vor, wahrscheinlich auch auf Mythic Freeloot, keine Ahnung. Hab ich noch nie probiert, aber ich vermute mal ganz stark. Bebe. Ich bin jetzt auch da. Hallo. Boah, wofür ist es denn so schlimm, dass ich das innerhalb von zwei Tagen durch hab? Das schockiert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Hätte ich nicht gedacht, weil ich sah so die Livestreams ein bisschen von Frank Sirius und der hängt da doch schon ein paar Stunden dran. Ja, ich bin ein bisschen durchgewascht. Ja, ich wollte gerade sagen, da ist ein bisschen einen draufgelegt, ne? Ja, das kann man schnell losstellen. Haha, alles klar. Weil man halt für die Waffen alle Teile bekommt und die maximal aufzubringen fasst. Hm. So. Nur dritte Teile musst du ja eher holen, von irgendwelchen aus dem Outside. Ja. Klar. Da hat da wieder einer gelieft und dann haben wir es wieder ersetzt. Sehr schön. Giertürer. Haha. Der Name ist irgendwie geil. Sören. Schau. Moinsen. Hallo. Ich dachte du bist unterwegs, so in Berlin und so. Aber wahrscheinlich gerade Feierabend. Mal auch mal. So. Ah. Ja. Ok, ich bin gerade wieder zuhause angekommen. Das ist schön. Das ist schön. Miles plus SP, go up. Immer wieder fachchinesisch, ich kenn mich nicht aus. Also zu hören, du kannst gerne im Teamspeak vorbeikommen, wenn du Bock hast und nachher, glaube ich, spielen wir noch eine Runde LS. Wenn ich da durch bin und noch Zeit übrig ist und das Sinn macht. Aber wir haben noch einige Bosse vor uns, von daher, es kann noch ein bisschen dauern.